Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Weiter geht die Reise, oder besser gesagt die Suche nach einem fahrbaren Untersatz. Bei dem Haus hier sind wir ja in der letzten Folge leider nicht fündig geworden. Da gab es kein Töv Töv und ja, von daher müssen wir mal weiter die Augen offen halten. Ich frage mich jetzt allerdings gerade, inwiefern es hier Sinn macht, dass wir hier unten noch die Häuser anschauen. Oder riskieren wir es einfach und gehen wir mal doch ein bisschen mehr in die Stadtmitte. Ach komm, das machen wir jetzt. No Risk, No Fun heißt es. Von daher laufen wir mal hier hoch und dann folgen wir einfach mal da oben der Parallelstraße. Da haben wir ja auch noch ein Gebäude. Da sehe ich allerdings nichts, ok? Auf Anhieb. Nur immer schön langsam vorgehen, nichts überstürzen. Da sehe ich auch noch ein Haustach. Ah, vielleicht gibt es da was. Ne, da gibt es auch nichts, außer Zombies. Die gibt es da. Aber wo gibt es die nicht? Die gibt es überall. Ah, da kommt noch jemand. Oh, ein Revolver. Ja, wieso nicht? Den nehmen wir. Magazin hat sie auch noch dabei. Okay, mehr gibt es hier nicht. Ich bin allerdings gerade überladen. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Ah ja, da kommen wir rein. Ich suche jetzt nämlich gleich mal nach einem Unterschlupf für die Nacht, den wir gleich mal soweit vorbereiten können, weil allzu lange dauert es nicht mehr. 17 Uhr ist es und da möchte ich nicht mehr so viel riskieren draußen. Gleich mal hier auch die Vorhänge zuziehen in weiser Voraussicht. Man weiß nie, was die Nacht bringt. Aber erstmal sollte ich schauen, ob es hier Zombies gibt. Viele Kartons sehe ich hier. Gut, die schauen wir uns später an. Was ist hier los? Hier ist das Schlafzimmer, okay. Können wir ja trotzdem mal einen Blick reinwerfen. Eine Desert Eagle haben sie auch noch. Oh, oh, oh. Da gibt es halt so viel Zeug. Nun gut, ich soll vielleicht erstmal meine Wasserflaschen auffüllen. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Kein Wunder, wieso wir durstig sind, wenn die leer sind. Und was zu essen könnte vielleicht auch nicht schaden. Gucken wir den mal weg. Zwischenzeitlich fallen lassen. Käsenudeln. Die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Gleich mal runter damit. Sonst noch irgendwas Gutes? Krause, Orangenlimo. Ja, ansonsten kann man es eigentlich lassen. Brauchen wir aktuell nichts. Das sind wir jetzt sehr gut gesättigt. So, da haben wir nix, was von Interesse ist. Da haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Der wäre vielleicht nicht verkehrt, aber ich bringe sowieso nix unter. Von daher können wir den auch mal getrost links liegen lassen. Was haben wir jetzt eigentlich hier noch? Ah ja, noch das Kinderzimmer. Interessant. Oder vielleicht auch das Gästezimmer. Weil ein Kinderzimmer und da eine Knarre drin. Das wäre schon höchst fragwürdig. Klebstreifen, gut zum Reparieren. Ansonsten Radiergummi. Ja. Nur Bürobedarf. Mehr gibt es hier nicht. Nur gut, sollen wir uns gleich hinlegen? Könnten wir eigentlich machen, gell? 18 Uhr ist zwar eigentlich noch keine Zeit, aber... Müde sind wir. Also schlafen können wir. Müde sind wir nicht unbedingt, sagen wir es so. Aber das machen wir jetzt einfach. Da schlafen wir gleich. Weil dann können wir gut ausgeruht... ...in den... ...neuen Tag starten. 22 Uhr werden wir schon wach, okay. Oh shit, ja kein Wunder. Hört ihr das? Da ist ein Heli. Und da draußen war auch schon ein Zombie. Verdammt. Habe ich die Tür zugemacht vorne? Ja, ich habe die zugemacht, aber den Vorhang nicht. Da schleichen wir uns jetzt gleich mal hin. Mann, 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 Mann. Ja, gut, dass wir nicht mehr draußen waren. Eieieiei. Ähm. Ich rüste jetzt bewusst mal noch nicht die Taschenlampe aus. Also nicht wundern. Ich will hier nämlich keine Gesellschaft drin haben. Wir nehmen uns irgendwas zu lesen mit. Erste Hilfe, Pound 1. Wie schaut es denn da aus? Erste Hilfe... Humanmedizin. Kennen wir bereits. Kfz-Mechanik, Pound 1. Haben auch schon gelesen. Nahrungssuche Band 1 haben wir noch nicht gelesen. Da draußen... Oh, da geht's ab. Da waren viele. Da waren richtig viele. Landwirtschaft Band 1 haben wir auch schon gelesen. Okay, gut. Das muss für den Anfang reichen. Mein Plan ist nämlich, dass wir das einfach aussetzen hier drin. Und zwar im Badezimmer. Da ist der Vorhang zu. Da rüsten wir jetzt noch schön die Taschenlampe aus. Wenn ich sie denn finde. Ich suche sie ja jedes Mal aufs Neue. Da haben wir sie. Primär ausrüsten. Es wäre der Licht. Und ja. Man kann in der Zwischenzeit ein bisschen was lesen, unser Charakter. Und dann können wir uns ja vielleicht nochmal hinlegen. Je nachdem. Schauen wir mal. Aber die Zeit sinnvoll nutzen, weil draußen jetzt rumrennen. Mit der Horde im Schlepptau. Wenn es finster ist. Nein, danke. Das brauche ich nicht. Ist aber ein ganz schöner Wälzer. Den er da anscheinend lesen muss. Kohldampf kriegen wir auch schon. Ich hoffe die Taschenlampe hält so lange durch. Aber er wird schon rief gehen. Fast geschafft. 4.40 ist es auch schon. Die ganze Nacht durchgelesen. Okay. Wunderbar. So. Das wäre geschafft. Fürs Erste. Jetzt ist natürlich die Frage. Hauen wir uns nochmal hin? Könnte vielleicht nicht schaden, oder? Obwohl, müde sind wir nicht zwingend. Jetzt essen wir erstmal was. Es gibt Müsli. Passend zum Frühstück. Und dann mal schauen, wie es hier mit den Verletzungen ausschaut. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Okay, eine sind wir los. Beide sind wir los. Ja wunderbar. Das ist doch nicht verkehrt. War da draußen schon wieder ein Zombie. Wenn ich die schon sehe. Na gut. Wir legen uns nicht mehr hin. Weil das macht jetzt glaube ich wenig Sinn. Da legen wir uns lieber am Nachmittag mal irgendwann hin. Wenn wir da noch eine sichere Bleibe finden. Aktuell sind wir ja nicht hundemüde. Von daher geht das schon. Aber ich sollte mir sowieso auf lange Sicht mal überlegen. Ob ich den Rucksack hier mit mir rumschleppen möchte. Oh, da ist ein Zombie. Dann tue ich auch einen. Scheine mich wohl schon bemerkt zu haben. Da ist einer. Da sind auch welche. Na gut. Da ist ein bisschen viel drin. Ähm. Ja. Ihr kennt das Spiel. Rucksack fallen lassen. Und los schnetzeln. Wow. Ein bisschen viel hier drin. Locken wir sie einfach durchs Haus. Aber ich will jetzt auch nicht loslaufen. Was Problem ist. Sonst kommen wir da wieder nicht zur Ruhe. Wenn da so viele Zombies in der Umgebung umherstreifen. Aber das mit dem Haus ist gar nicht verkehrt. Wunderbar. Was ein paar Stunden Schlaf. Und ein stärkendes Müsli alles bewirken. Da geht das Zombie killen. Mit Leichtigkeit. Gehst du weg von mir? Ich lasse mich nicht beißen. Habe ich was dagegen? Kommt noch einer. Okay. Wunderbar. Nur eine Karte von Louisville war da. Aber. Oh shit. Oh shit. Was habe ich denn hier aufgeweckt? Was habe ich hier aufgeweckt? Ähm. Oh. Das ist. Nee. Das ist. Nicht ganz im Sinne des Erfinders. Was hier gerade passiert. Ah. Der lebt noch. Ja genau. Spring raus. Komm. Tu mir den gefallen. Und bleib gleich liegen. Oh. Nee. 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 Ich muss ein bisschen Land gewinnen, glaube ich. Ich weiß. Ich habe den Rucksack jetzt liegen lassen. Ja. Die sind überall in der Nähe. Der Heli hat uns mal wieder das Leben zur Hölle gemacht. Das hat er wieder mal ganz gut hinbekommen. Ja. Seht ihr das? Das ist ja abnormal. Das ist ja abnormal. Gut. Die können wir alle zusammen locken. Die locken wir alle zusammen. In ein Haus rein. Das ist das einzige Sinnvolle, was ich jetzt machen kann, weil gegen die Horde anzukämpfen. Ohne Schrotflinte. Geschweige denn ohne Molotow Cocktails. Nee. Also alles, was recht ist, aber irgendwo muss man auch wissen, wann es gut ist. Kommt her. Hier drüben. Schreiben wir mal wie am Spieß. Weil jetzt ist es auch schon wurscht. Dann locken wir die einfach hier weg. Oder ins nächstbeste Haus. Weniger werden es zwar nicht, aber der Spass wird grösser. Ja. Das ist doch eine stattliche Horde. Ja, da kommen auch noch ein paar. Sehr schön. Wunderbar. So, ein bisschen Landgewinn. Bevor sie mich doch noch erwischen. Zu viel Sprinten darf ich nicht, weil man sieht es an meiner Ausdauer. Ui, da wäre sogar ein Wagen gewesen. In der direkten Nähe. Na gut, jetzt ist es auch schon wurscht. Ich frage mich gerade, wenn ich in eins der Häuser reinlaufe. Ähm, okay. Keine Ahnung, was da drin war, aber irgendwas hat sie da anscheinend magisch angezogen. Vermutlich der Geruch von mir. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber seltsam war das schon. Oder haben wir da... Es könnte auch sein, dass wir da... Ne, wir haben eigentlich keine Digital-Uhr da fallen lassen. Die noch ein Alarm eingestellt gehabt hätte. Aber vermutlich wird es das gewesen sein. So, irgendwie müssen wir die loswerden, die Riesenhorde. Ja, das ist gut. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ist zwar hinten einer da unten. Ein Zombie. Komm. Geh drauf. Schön wegschleichen. Hm. Problem ist, die sind echt hellhörig. Will halt keinen von der Riesenhorde hier haben. Oh ja, das schaffe ich aber aktuell schon. Ja, wir müssen weg. Von dem Platz, wo der Heli war. Mitten durch den Wald. Für dich habe ich jetzt auch keine Zeit da unten. Land gewinnen ist die Devise. Und zwar ziemlich schnell Land gewinnen. Aber wenn ich das da oben schon wieder sehe, da stellt es mir schon wieder die Haare auf. Auf der Ausgabe bin ich jetzt auch schon ein bisschen. Haben wir schon wieder eine kleine Horde. So, da haben wir schon aufgeräumt. Das ist gut. Da wollen wir jetzt auch hin. Da, wo es ruhiger ist. Wobei, keine Ahnung, ob es da wirklich ruhiger ist. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, wo wir Schutz suchen könnten. Die verhängnisvolle Alarmanlage haben wir hier ausgelöst gehabt. Ah, ist zu. Auch zu. Aber das Fenster ist verlass. Du kommst hier nicht rein. So, irgendeins der Zimmer aussuchen. Nehmen wir das hier mal. Keine Ahnung, ob das so sinnvoll war. Mann, Mann, Mann. Ja, müde werden wir jetzt natürlich auch. So, der Revolver muss weg. Wir brauchen ein bisschen ein bisschen Platz. Ich glaube, ich muss auch schweren Herzens das Sturmgewehr fallen lassen. Und die Machete kommt wieder auf den Rücken. Wenn ich sie denn finde. Machete, Machete. Gut. Lacken. Oh, sehr schön. So, komm. Wollen wir ihn jetzt zuziehen? Wunderbar. Ich schau mal kurz auf die Karte. Damit wir wissen, wo wir irgendwas fallen gelassen haben. Also, ähm, wir sind aktuell wo? Wir sind aktuell hier. Also, dann machen wir uns jetzt gleich mal eine Notiz, weil da haben wir unsere Waffen fallen gelassen. Okay. Zack. So, dann markieren wir uns das Ganze noch schön mit einem roten X. Das ist nämlich genau hier. Dann den Generator. Den haben wir da unten liegen gelassen. Und jetzt überlege ich gerade, wo haben wir unseren Rucksack fallen gelassen? War das in dem Haus hier? Genau, in dem Haus war das. Das muss das Haus gewesen sein. Da ist unser Rucksack. Halt. Nicht in rot. Genau, Rücksück. Ne, natürlich Rucksack. Richtig schreiben sollte ich schon. Zack. Also, das ganze Zeug müssen wir uns wiederholen. Klopfen die da schon an? Ne, da nicht, aber unten. Unten steppt der Bär. Ich frage mich halt, wenn ich übers Vordach runterspringe, im schlimmsten Fall breche ich mir einen Fuß. Aber ich müsste mich hier ein bisschen ausruhen. Gut, die Wasserflasche können wir auf alle Fälle gleich wieder befüllen. Hm. Das ist jetzt die Frage, was wir tun, gell? Na ja, warten wir mal kurz. Abwarten ist ab und zu gar nicht so verkehrt. Die zerlegen da unten die komplette Bude. Oh Mann. Du siehst mich gar nicht. Ich bin gar nicht da. Hier könnten wir pennen. Wollen wir das ausprobieren? Ausruhen können wir uns zumindest. Sie hat nichts mitbekommen, glaube ich. Ausruhen scheint zu funktionieren. Dann wisst ihr was? Dann schlafen wir direkt. Die Bettqualität ist zwar mies. Und keine Ahnung, ob wir überhaupt ein Auge zumachen. Bei dem Lärm. Aber scheinbar ja. Oh oh. Gut, wir haben zumindest pennen können. Aber die hat es sich nicht nehmen lassen. Oh oh. Das hier oben ist mein Stockwerk. Da kommt er nicht rauf. Da müsst ihr euch schon was anderes einfallen lassen. Oh, sie kommen doch rauf. Die Wiese raufkommen. In Scharen kommen sie rauf. Aber ich gehe hier nicht runter. So schaut es aus. Die lassen wir alle hochkommen. Und dann... Kämpfen wir uns einfach den Weg nach draußen frei. Kommt noch jemand? Ich glaube, das ist das einzig Sinnvolle, was wir jetzt machen können. Hier oben kurz... ...ein bisschen ausharren. Weil draußen... ...sind die Überlebenschancen gleich null. Was wir aber machen können, wir können hier mal runterschauen. Also doch, wo seid ihr denn? Seid ihr da? Da scheinen sie nicht zu sein. Ich weiß nicht, was die zerlegen. Aber irgendwas zerlegen sie. Hier scheinbar auch nichts. Hm. Nun gut. Sollen sie sich mit der Tür oder was auch immer abmühen? Da haben wir es dann ruhiger dafür. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, schaut sogar relativ ruhig aus. Nun gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut in der heutigen Folge von Project Zomboid. Soviel zum Thema. Es schaut ruhig aus. Und ja. Lassen wir uns mal überraschen, was die nächste Folge so bringt. Ich sage wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut bis dahin. Servus. Bis dahin. Vielen Dank.